Hi YouTube, hier ist heute Jubeldi. Kurze Info mal wieder. Das Minecraft-Projekt Hexed, also Minecraft Hexed wird erstmal eingestellt, weil nächste Woche, also diesen Sonntag, beginnt Minecraft... Ich hab den Namen vergessen. Ares. Und ja, bis dahin will ich erstmal so ruhig eingehen lassen, weil ich momentan mit der neuen Schule total viel Stress hab und deswegen kommt heute kein Video, weil ich bin immer, ich bin jetzt gerade nach Hause gekommen um 4 Uhr, muss dann nur essen, Hausaufgaben und sonst alles, also das ist ultra stressig. Es wird natürlich nächste Woche wieder pünktlich Videos kommen, es wird dann mit auch aus Skyrim kommen, nur heute hab ich keine Zeit für Minecraft. Ich hoffe, ihr versteht das. Und bis nächstes Mal bei dem Chipy.